Hey, 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 leg out, people got a... Yo Leute, ähm, wir machen heute so einen kleinen Ausflug, ja, wir sind jetzt beim Neandertal, zumindest in der Nähe, ähm, ja, und wir wandern jetzt gerade hier so ein bisschen, ja, bin ich mal gespannt, was heute so passiert und so, ja, und dann sehen wir uns später wieder, ciao. So Leute, ihr habt ja gesehen, wir waren jetzt in dem Museum, es soll irgendwie noch so einen Außenbereich geben oder so, aber wir suchen den die ganze Zeit und finden ihn einfach nicht. Ja, mal gucken, wo der dann ist. Ähm, wir haben jetzt doch den Außenbereich gefunden, zum Glück, ähm, und ja, wir werden jetzt einfach mal hier gucken, was da so ist, wahrscheinlich picknicken, ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, ciao. Yo Leute, ähm, ja, wir haben jetzt gepickt nicht, viel spannenderes gab es da eigentlich nicht bei diesem Weg und, ja, ähm, wir werden jetzt mal zu einem anderen Weg gehen, also mit dem Weg sind wir praktisch fertig, aber es gibt noch mehr Außenbereich und dann bin ich mal gespannt, was uns da so erwartet. Äh, dann nehm ich euch auf jeden Fall auch mit, ja, dann bis gleich, ciao. So Leute, ähm, wir sind jetzt schon einiges gewandert, äh, und ich bin jetzt an hier so einem richtig geilen Ausblick, ich zeig euch das mal. Guckt euch mal an, wie geil dieser Ausblick ist. Ist auf jeden Fall richtig cool hier, richtig nice. Auch ziemlich heiß, muss man sagen, aber richtig cool. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal weiter und dann bin ich gespannt, ähm, was uns noch so erwartet, aber ich glaube, wir machen jetzt gar nicht mehr so viel. Äh, mal sehen. Jo, bis später, ciao. So Leute, ähm, wir sind jetzt quasi fertig, sag ich mal. Ja, wir sind jetzt an Haltestelle, wie heißt die, Neandertal. Ja, und jetzt werden wir wieder mit dem Zug zurückfahren, der kommt jetzt in ein bis zwei Minuten. Und ja, dann fahren wir erstmal nach Düsseldorf und dann von Düsseldorf wieder mit einem anderen Zug nach Köln. So Leute, ähm, ich bin jetzt hier zu Hause angekommen. Und ich muss sagen, ich fand, das war ein wunderschöner Tag. Habe ich ja viel erlebt, also es war echt wunderschön. Und ja, gerne nochmal sowas. Ja, Leute, ich wollte nämlich noch eine Sache erwähnen. Nämlich ist ja heute der fünfte, achte. Und es ist nämlich am siebten und achten, achten sind die Videodays in Köln. Ich werde am siebten, achten nachmittags da sein und am achten, achten den kompletten Tag. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall mich da treffen können am Videoday. Ja, ich werde da einfach immer rumlaufen und euch dann einfach auf Instagram und Twitter Bescheid sagen, ähm, wo ich im Moment bin. Und können wir uns treffen alle, ähm, und können eine schöne Sache machen, können ein bisschen reden, können Fotos machen oder was weiß ich. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war jetzt mal ein Vlog. Also endlich mal ein richtiger Mittwochsvlog. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht, den Vlog zu machen. Und ich hoffe, da kommt diesmal was, äh, auf jeden Fall was richtig cooles bei rum. Und dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns dann auf dem Videoday oder am Sonntag natürlich wieder. Wenn es wieder heißt. Hoooo!